Musik 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 Wir haben heute den 14. September und wir möchten jetzt nach wurzburg wieder mal fahren ist schon start klar da gibt jetzt noch im navi die adresse ein freust du dich schon so war unter mann es ist auch schon da und er hat so ein tischchen da tut er nach als ipad drauf um einen film anzugucken und jetzt starten wir wir sind jetzt in der höhe von allen richtung wurzburg ist jetzt kein stau und die fahrt läuft gut mann weil es jetzt mit seinem ipad gucken film an wir haben auch die tiefkühlbox dabei dann alles gedacht wir werden zirka um 20 uhr ankommen 18.30 18.30 18.30 18.30 zu unserer linken sehen wir die marienburg 19.30 18.30 19.30 20.31 19.30 19.30 19.30 19.30 20.30 21.30 So, wir laufen jetzt einfach ein bisschen weiter und gucken, dass wir die Einladen sehen, die Gärten. Wir kommen jetzt in das Hauptzentrum der Burg. Und der Rolf ist auch fleißig am Fotografieren. Was ist das alles? Und hast du ein gutes Motiv entdeckt? Ja? Nein. Kommt noch. Oh, das sieht da halt cool aus. Das hast du gesehen. Oh ja. Ich glaube, der Rolf filmt mich, äh, fotografiert. Guck mal her. Da waren wir doch schon mal. Weißt du, noch mit der Kinga? Da haben wir doch schon mal ein Foto gemacht, gell? Natürlich. Wow. Und da drüben war ein Museum und dann haben wir noch hier Kaffee getrunken. Das ist der Rad aus Ackerturm, die Schatzkammer, der Echter Saal, Sandhofdecke, Vibratreppe und der R-Kammer. Wir haben jetzt einen wunderschönen Platz bekommen, draußen auf der Terrasse. Und hier haben wir einen ganz tollen Blick auf Würzburg. Und da haben wir hier einen wunderschönen Ausblick aus Würzburg und auf den Main. Und dann kannst du das rauslöschen und dann musst du wieder platzen. Und wir haben ganz tolles Wetter. Wir haben jetzt die Burg besichtigt und jetzt gucken wir noch in den Garten. Wie hat dir das heute gefallen mit der Gurt? Sehr gut. Und da unten sieht man auch den Main, darunter, da ist die Bucke mit den Löwen drauf, eine wunderbare Aussicht. Mit einem wunderschönen Blick auf Würzburg. Hier nochmal ein letzter Blick auf Würzburg. Bevor wir dann wieder den Abstieg machen. Wir sind jetzt am Kragenkai mit dem Boot Mozart II und hier ist die Pizzeria Locanda hier oben. Und wir sind hier direkt am Main mit der Brücke. Da oben nochmal das Schloss. Und hier oben sieht man den Kranen. Möhnungs Jaunen Montagen Haller Anja Haller 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018